Gut, in diesem Sinne herzlich willkommen zur Pressekonferenz des LASK im Anschluss an die 32. Runde der Typiko-Bundesliga zwischen dem SK Rapid Wien und dem LASK. Und aus diesem Anlass begrüße ich nun am Bruder um unseren Cheftrainer und Sportdirektor Dominik Thalama und unsere Nummer 13, Johannes Eggestein. Ja Dominik, die Saison ist jetzt zu Ende. Platz 4 ist es am Ende geworden. Wie fällt dein Saisonfazit nach diesen 32 Spieltagen aus? Ich denke ambivalent, weil das Ende nicht unseren Vorstellungen ganz entsprochen hat, natürlich in der Meisterrunde. Im Gesamten, wenn man jetzt die Meisterrunde ausklammert, glaube ich, dass wir einen sehr guten Herbst gespielt haben, wo wir uns auch im fußballerischen Bereich sehr gut entwickelt haben, wo wir die Nummer 1 in der Bundesliga waren im Dezember, wo wir es ins Cup-Finale geschafft haben, dann ein durchwachsenes Frühjahr, eine nicht so gute Meisterrunde, aber auf der anderen Seite wieder sehr gute Spiele in der Euroleague-Qualifikation gegen Dunais Castreda und Sporting Lissabon, die, glaube ich, jetzt noch relativ klar portugiesischer Meister geworden sind. Ich denke, auch begeisternde Spieler in der Euroleague. Und von daher, glaube ich, muss man ein bisschen herauszoomen aus der Meistergruppe oder aus dem Spiel in der Meistergruppe und die Saison im Gesamten betrachten, aber trotzdem natürlich einfach die Lernfelder mitnehmen, dort, wo man sich verbessern kann. Wenn ich heute in das Spiel hineinschaue, dann habe ich in das Spiel einfach ein Spiel auf Augenhöhe gesehen, vor allem in der ersten Halbzeit von zwei strukturierten Mannschaften, sehr strukturierten Mannschaften, die taktisch gut agiert haben. Aber am Ende des Tages war dann Rapid halt auch in den entscheidenden Situationen auch besser. Und das muss man dann auch am Ende des Tages anerkennen. Danke Dominik. Johannes, die Saison geht zu Ende und damit auch deine Zeit bei uns beim LASG. Vielleicht kannst du uns ein kurzes, persönliches Fazit deiner Laie beim LASgeben. Ja, also ich glaube, das Mannschaftsfazit hat der Trainer gerade schon gut zusammengefasst. Ich glaube, wir hatten viele gute Spiele, viele gute Aspekte auch in dieser Saison dabei. Ja, mit dem Pokalfinale in der Europa League haben wir, glaube ich, sensationelle Spiele gehabt, gegen Tottenham beispielsweise. Wir haben es dann jetzt ein bisschen gegen Ende der Saison, gerade in der Meistergruppe, verpasst, uns auch in den einzelnen Spielen zu belohnen. Ich glaube, wir hatten auch viele gute Spiele dabei, aber ja, im Endeffekt waren es dann Kleinigkeiten, die uns dann auch die Punkte gekostet haben. Und wo man dann vielleicht auch sagen muss, dass es dann nur für den vierten Platz in Anführungszeichen reicht, obwohl es natürlich trotzdem international ist. Das darf man auch nicht vergessen. Und für mich persönlich hat es sich sehr ausgezahlt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich wurde sehr gut aufgenommen. Ich muss mich auch bei der Mannschaft, aber auch beim Trainerteam bedanken, bei allen Leuten drumherum. Die haben mich super aufgenommen, mir das Vertrauen auch geschenkt, das, was ich brauchte, um auch aus meinem schwierigen letzten Jahr dann ein gutes Jahr folgen zu lassen. Und ich glaube, da kann ich ein positives Fazit bei mir persönlich ziehen. Danke, Johannes. Ja, und an dieser Stelle sei es natürlich auch von Seiten des LASK nochmal gesagt. Vielen, vielen Dank für deine tolle Leistung bei uns. 39 Spiele, 20 Tore, 9 Assists. Ich denke, das kann sich wirklich sehen lassen. Ja, und damit kommen wir nun schon zu den Fragen der Medienvertreter. Bitte um ein Handzeichen. Bitte sehr, ich glaube, das Mikrofon ist gleich am Weg. Name und Medium. Es ist der Laki Standard. Dominik, ist es. Aber natürlich ist der LASK auch anders in den Schlagzeilen gewesen und ist noch immer. Ja, es gibt sehr viele Nebengeräusche. Es gilt für alle noch die Unschuldsvermutung. Aber hat das, und es fällt gleichzeitig mit dieser Meistergruppe, Hat das doch vielleicht auch eine Rolle gespielt, dass man, ich weiß nicht, Wer hat es ja auch Zeitungen lest und das alles mitkriegt, dass diese volle Konstellation, vor allem in der Meistergruppe, dann hat es auch einfach geführt wird. Ja, das ist natürlich sehr spekulativ. Man sagt natürlich immer, man hat es mit Profis zu tun, aber primär sind es Menschen, die professionell Fußball spielen. Aber einen Impact auf das ist schwer einzuschätzen, glaube ich nicht, weil wir auch immer versuchen, bei uns zu bleiben und unsere Spiele in unserem Bereich auch faktenorientiert einfach zu analysieren. Und von daher, ja, glaube ich, das am Ende des Tages nicht. Nächste Frage, Georg Lebelhuber, Kronenzeitung. Herr Dahlhammer, Sie sprechen von einer nicht ganz so guten Meisterrunde. War sie nicht eher viel mehr oder eher katastrophal? Zwei Siege, sieben Niederlagen in den letzten elf Pflichtspielen, zwölf sogar, Entschuldigung, Pflichtspielen. Ich meine, das hat ja mit gut nichts mehr zu tun. Wer hat gut erwähnt? Sie haben gesagt, eine nicht ganz so gute Meisterrunde habt ihr gespielt. Ja, die Meisterrunde war nicht gut, ja. Ja, aber war sie nicht eher katastrophal? Das war meine Frage. Ja, es kommt darauf an, wie man das beurteilt. Also wenn Sie natürlich jetzt nur die Ergebnisse hernehmen, dann muss man davon ausgehen, dass es keine gute Meisterrunde war. Und die war schlecht und die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Es hat auch die Form der Spieler nicht gestimmt. Es hat eigentlich gar nichts mehr gestimmt. Es hat vorne nicht mehr gestimmt, es hat hinten nicht mehr gestimmt. Man hat in den letzten zwei Spielen acht Gegentore kassiert. Also ich finde, es wäre am Ende der Saison ein wenig mehr Selbstkritik angebracht. So wird man nicht weiterkommen. Ich glaube, dass genug Selbstkritik erfolgt. Ich wollte einfach auch nur einmal klarstellen, dass die Meisterrunde nicht so war, wie wir sie uns vorgestellt haben. Die Punkteausbeute war nicht gut. Und die gesamte Saison möchte ich aber auch jetzt so hinstellen, dass wir da jetzt das nicht ganz schlecht hinstellen dürfen, wenn man die gesamte Saison im Gesamten betrachtet. Anschlussfrage? Glauben Sie, dass Sie in der nächsten Saison noch Trainer hier sind? Ja. Okay. Gut, gibt es weitere Fragen? Bitte um weitere Handzeichen. Ich, Alexander Huber, Kurier. Herr Thalhammer, vor einem Jahr haben wir den Valeria Ismail auch an der Stelle gefragt, ob er LASK-Trainer bleiben wird. Und er hat gesagt, ja, ganz sicher. Eine Woche später war er dann extra nicht. Jetzt wollte ich gerne einfach nur nachfragen, weil Sie das so überzeugt gesagt haben. Haben Sie eine Garantie bekommen? Oder hat es schon vor dem Spiel ein Gespräch gegeben, wo Sie sicher sein können, dass das auch ganz sicher so gelten wird, egal, was jetzt in den nächsten Tagen passiert? Also eine Garantie hat man in dem Job nie und die habe ich auch nicht bekommen. Ich weiß schon, dass wir mehr vielleicht in der Meisterschaft hätten erreichen können, dass wir den einen oder anderen Punkt natürlich mehr hätten machen können. Dann wäre eine Rangverbesserung auch möglich gewesen. Aber am Ende des Tages haben wir viele Saisonziele einfach erreicht. Gut. Ich glaube, damit ist alles beantwortet. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und der LASK sagt, Ciao für diese Saison. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr.